Hi, ich bin's Jessi aus dem Cravytracks Team. Es ist total beeindruckend, was ihr Fans an tollen Kugelbahnwelten erschafft. Ich will euch heute meinen Lieblingsclip vorstellen. Das Video, das mich begeistert hat, ist aus dem Kanal Cravytracks Creator. Hier entstand eine mega abwechslungsreiche Bahn auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Das Besondere hierbei, die Kugel rollt wiederholt durch ein und denselben Mixer und erkundet dann immer neue Strecken. Ab 20 Sekunden ist der Parcours aus Kaskaden, Helix, Splitter, Gausskanonen und Spiralen das erste schöne Highlight. Insgesamt tobt sich die Kugel hier eine Minute lang aus, bevor sie auf die andere Bahnseite geschickt wird. Und es lässt sich erahnen, dass es später wohl noch hoch hinausgeht. Genauer gesagt fliegt die Kugel ab 1 Minute und 45 Sekunden, angetrieben von mehreren Gausskanonen, blitzschnell Richtung Turm, wo der erste Vulkan ausgelöst wird. Das bringt jetzt richtig viel Action und es geht über fünf Spiralen steil bergab in die vorläufigen Ziele. Die wurden so platziert, dass durch das Gewicht der Kugeln die transparente Ebene kippt. Ab 2 Minuten und 15 Sekunden bekommen somit drei neue Kugeln Schwung und lösen noch mal drei weitere Vulkane aus. Wirklich mega cool gebaut. Was es mit dem Videotitel Querytrack so close auf sich hat, wird uns ab 2 Minuten und 30 Sekunden verraten. Lasst euch gerne überraschen und klickt euch einfach in den ganzen Clip mal rein. Was mögt ihr an dieser Bahn besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch mein Lieblings Clip gefallen hat und ihr noch mehr davon sehen wollt, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Bis bald, eure Jessie.